Hier oben hat durch schobische Anleitung die erste Null-Sack-Band gegründet worden. Im Ausblick ist es schneller und die Masster verschneller aus vielen Formen. Denn wir haben nächstes Ansatz in unserem schobischen Übersprung. Können wir bei Nummer 2. Zum ersten Mal in der Geschichte von Wasentatou ist auch die Indie vertreten. Willkommen, Komodini, Hose, High Bands. Hose, High Bands, Hose, High Bands und wir waren in der Otau, nach der Otau. Vielen Dank.